Willkommen! Da es sich mittlerweile einige Videos bzw. auch einige Benutzer auf diesem Kanal angesammelt haben, will ich euch an dieser Stelle ein paar kurze Hinweise geben, wie ihr die Übersicht behält und am effektivsten diese Tutorials benutzen könnt. Da der Upload-Bereich ein bisschen chaotisch ist, würde ich euch am besten empfehlen, die Playlist zu benutzen. Hier habe ich mich bemüht, alles nach den jeweiligen Schularten zu gliedern. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel in der Oberstufe seid, Allgemeinbildes Gymnasium und Themen zur Analyse sucht, dann geht ihr auf die jeweilige Playlist. Und hier habt ihr nach dem Lehrstoff geordnet, alle Themen, die ich bis jetzt zum Beispiel für Analyse zusammengefasst habe. Aber natürlich gibt es auch noch andere interessante Playlist für berufliche Gymnasien, genau das gleiche, Fachhochschulreife oder Grundstudium. Zum Schluss noch ein paar eventuell nützliche Hinweise zu diesem Kanal. Ich werde mich bemühen, wöchentlich neue Videos hochzuladen. Wenn ihr ein Abo habt, kriegt ihr das sowieso automatisch mit. Sonst könnt ihr gerne auch Themen vorschlagen, so wie es mir die Zeit erlaubt, werde ich sie entsprechend bearbeiten. Eine Bitte hätte ich, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch einer dieser Videos geholfen hat, könnt ihr gerne auch einen Daumen hoch drücken bzw. einen kurzen Kommentar hinterlassen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch diese Mathe-Tutorials weiterhelfen.